Seit 10 Jahren spezialisieren wir uns auf den Verkauf von fabrikneuen Fahrzeugen aus verschiedenen EU-Ländern. Bereits im Jahr 2019 haben wir ca. 1500 Fahrzeuge importiert und verkauft. Durch die große Menge an Fahrzeugen bekommen wir bei den Herstellern bessere Preise, die wir weiter an unsere Kunden geben. Wir haben ständig über 400 Neuwagen mit verschiedenen Ausstattungen und Farben im Bestand. Da wir direkt mit den Herstellern arbeiten, haben wir einen Zugriff auf die Fahrzeugbestände und können Ihr Wunschfahrzeug innerhalb kürzester Zeit liefern. Natürlich können Sie Ihr Wunschfahrzeug zusammen mit unserem geschulten Personal konfigurieren und bei uns bestellen. Natürlich bieten wir auch günstige Finanzierungs- und Leasingmöglichkeiten an für Privatkunden und Gewerbetreibende. Wir nehmen Ihr altes Fahrzeug zu fairen Konditionen in Zahlung, auch wenn es durch einen Unfall oder andere Mängel nicht mehr fahrbereit ist. Sollte die Anreise zu weit oder zeitintensiv sein, dann wäre eine Fahrzeuganlieferung bzw. Abholung deutschlandweit möglich. Bei der Abholung des neuen Fahrzeugs können Sie Ihren Gebrauchtwagen bei uns abstellen. Wir werden dieses schnellstmöglich abmelden. Unsere Filialen sind in Neukirchen-Flün auf der Weserstraße 3. Natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.carpoint-nrw.de. Alle unsere Preise sind Endpreise inklusive Überführungskosten, Aufbereitung und allem, was zum Auto gehört. Wir bieten zusätzlich zu den Fahrzeugen verschiedenes Zubehör an, so wie Allwetter- oder Winterreifen, Anhängerkupplungen, Scheidentönung, akustische Einparkhilfe, Fußmatten, Trennnetze und viele andere Zubehörteile. Diese haben wir immer auf Lager und werden innerhalb von wenigen Stunden in unseren Werkstätten direkt montiert, so dass das gekaufte Fahrzeug in kürzester Zeit ausgeliefert werden kann.